So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich bin zurück mit Overwatch und einem Thema, das jetzt in letzter Zeit öfter irgendwie beredet wurde in Foren und so weiter und was generell gerade bei einigen Spielen wie zum Beispiel Destiny 2 und ein paar anderen Spielen diskutiert wird und zwar ob verschiedene Spiele wie zum Beispiel Overwatch oder Destiny genügend Content haben, um die Spieler eben nicht nur zu motivieren weiter zu spielen, sondern eben auch bei der Stange zu halten und immer wieder zurückkommen zu lassen ins Spiel und dann eben eine Motivation zu haben, das Spiel weiter zu spielen. Und ja, bei mir ist es auch ein ganz besonderes Thema, denn bei mir ist es ja so, dass ich aktuell eigentlich Overwatch immer nur zu den Events spiele. Das heißt, wenn ein saisonales Event kommt wie Halloween oder Weihnachten, dann spiele ich das Spiel und danach bin ich wieder was anderes am Spielen. Und auch ich persönlich habe mir schon mal Gedanken darüber gemacht und hatte am Anfang ziemlich große Probleme mit dem, was Overwatch geboten hat, denn am Anfang war es ja so, dass Overwatch ziemlich wenig Inhalt hatte, sage ich jetzt mal. Und man konnte halt den schnellen Spielmodus machen und Training und so weiter und hatte halt nicht wirklich viele Map Auswahl und ich finde die Modi, die es halt gab oder die es auch immer noch gibt, finde ich, es ist ein bisschen wenig. Also man kann ja einmal diesen Modus hier spielen, wo man eben dieses Fahrzeug vor mir schiebt und ins Ziel bringen muss und dann gibt es ja einmal den anderen Modus, wo man die zwei Punkte einnehmen muss und dann gewinnt das Team oder die Angreifer oder die Verteidiger. Und dann gibt es natürlich den Arcade Modus und dort kann man dann verschiedene Szenarien spielen, die dann einen natürlich auch unterhalten können, aber im Endeffekt gleicht sich das ja ziemlich. Denn man macht ja eigentlich in jedem Modus das Gleiche, also man schießt sich ab und dann geht es darum, wer gewinnt und wer verliert. Aber ich finde, man könnte bei Overwatch noch mehr draus machen. Ich finde zum Beispiel, die saisonalen Events finde ich super. Also das ist schon mal etwas, wo ich finde, das ist richtig toll. Nur ich finde, gewisse Modi könnten im Spiel bleiben oder hätte man dann in anderer Form im Spiel lassen können. Zum Beispiel Lucio Ball, finde ich, ist zwar ein saisonales Event, aber das hätte man ja anders schreiben können dann und das trotzdem im Spiel lassen können. Also man hätte ja zum Beispiel sagen können, dass man nur wenn Sommer ist, dann gibt es halt dieses Sommer Special Lucio Ball und ansonsten kann man aber den Modus auch noch auf normale Art und Weise spielen. Und es gibt halt dann nur diese Sommer Skins in diesem Sommer Special, aber den Modus selber an sich kann man noch weiterspielen. Das zum Beispiel würde ich halt cool finden. Und das würde dann noch ein bisschen Abwechslung ins Spiel bringen, weil man dann halt nicht nur sich immer nur abschießt und dann geht es darum, die Angreifer und Verteidiger gewinnen, sondern es wäre halt noch eine Abwechslung dann dabei, wo man das Spiel auf andere Art und Weise spielen kann. Und dann eben jetzt der Junkenstein Modus, den finde ich, finde ich halt auch, den könnte man auch in anderer Art und Weise dann, wenn das Halloween Event nicht ist, ins Spiel machen, um eben auch sowas zu haben, wo man dann gegen KI spielt, wo man zum Beispiel sowas verteidigt. Oder es dann, so wie es jetzt gemacht ist, ein bisschen auf anderen Maps eventuell noch umsetzen, vielleicht fünf solche Maps, wo man diesen Modus spielen könnte. Das würde ich wirklich sehr cool finden und das würde halt auch wieder ein bisschen mehr Abwechslung ins Spiel bringen. Und ja, das würde ich schon gut finden. Dann ist es ja auch so, klar, die Leute, die jetzt Ranked spielen oder die immer Ranked spielen, für die ist, was Motivation angeht, denke ich, da fehlt es nicht an Motivation, weil die jeden Monat oder jede Season ihre Ränge aufsteigen und das reicht den Leuten. Aber wenn ich jetzt mal von den normalen Leuten ausgehe, die einfach nur den Arcade spielen oder die saisonalen Events, so wie ich und dann eben auch den normalen Modus, ich finde, da könnte man schon noch ein bisschen mehr machen, also dass man eben noch ein bisschen mehr Auswahl hat. Denn man schiebt ja entweder dieses Gerät vor sich hin oder man verteidigt oder nimmt diese Flächen ein und ich finde, gerade da könnte man vielleicht noch ein paar andere Modi reinmachen. Also jetzt kam ja jetzt Team Deathmatch rein und frei für alle. Das ist ja auch super, finde ich toll, wenn sie mehrere Modi reinmachen. Aber ich finde gerade, die Modi sind halt so die Standardmodi, die man schon kennt. Also das ist so, das hat jeder Shooter und das ist jetzt nichts Neues oder verändert jetzt Overwatch ziemlich krass. Und ich finde auch so, was die Freischaltungen angeht, klar, man kriegt Lootboxen und Skins und es gibt keinen Season Pass, alle DLCs sind kostenlos. Finde ich auch super, ist richtig gut gemacht und da macht das Team von Overwatch super Arbeit. Nur ich finde, klar, man schaltet immer Skins frei und Lootboxen, aber es ist ja auch so, es gibt keinen Spieler, glaube ich, dem alle Skins gefallen. Also ich glaube, es gibt keinen, der sagt, dass jede Skin geil ist. Und da finde ich halt, gibt es ja, außer, dass man Lootboxen freischalten kann, von der Motivation her, vom Levelaufstieg her, gibt es ja nicht wirklich viel, wo man sich dann motivieren lassen kann. Also ich frage mich so, zum Beispiel jemand, der halt schon sehr oft und sehr viel Overwatch spielt, der hat ja schon fast alle Skins und fast alles freigeschalten. Und das Einzige, was man ja dann noch machen kann, ist einfach leveln und aufsteigen. Man kriegt dann Lootboxen und so und ja, das ist schon irgendwie, finde ich, da könnte man auch noch etwas reinmachen, wo man dann eventuell noch so einen extra Motivationsbonus hätte oder so. Wo man dann einfach noch ein bisschen was anderes vielleicht bekommt, außer Skins. Jetzt keine Sachen, die dich verbessern, die einen Spieler stärker machen oder so, sondern einfach irgendwie noch etwas anderes halt. Und da finde ich, gerade bei Modi fängt es da an, wo man da etwas Neues reinmachen könnte. Also wie gesagt, zum Beispiel, dass man halt dieses Lucio Ball lässt oder einfach da lässt, die Spieler dauerhaft spielen lässt, nur, dass es eben dort dann nicht diese Skinboxen gibt, sondern halt, man kann es einfach ganz normal spielen. Und es mag sein, dass es auch ein Rocket League ist, bloß ein Overwatch, aber das ist ja nicht schlimm. Es gibt ja auch Fortnite, das jetzt PUBG so in der Art kopiert hat und trotzdem macht das ja Spaß und trotzdem ist Fortnite noch was anderes. Also man kann ja andere Spiele kopieren und trotzdem kann das ja sich dann in dem Spaß, den man dabei hat, unterscheiden. Und das macht ja grundsätzlich fast jeder. Also jeder Entwickler schaut sich irgendwo was anderes ab und setzt es dann auf seine Art und Weise um. Aber ja, ich finde, da könnte Overwatch noch ein bisschen mehr machen und dann eventuell noch ein bisschen mehr Motivation haben für die Spieler. Denn gerade wird eben diskutiert, ob diese saisonalen Events ausreichen. Also ob das ausreicht, um die Spieler eben zu motivieren, zurückzukommen zu Overwatch, weil das Spiel hat ja jetzt fast 40 Millionen Spieler und ist eine super Zahl und das Spiel ist ja auch mega erfolgreich. Aber ich denke, da könnte man wirklich noch ein bisschen was machen, dass man eben, was die Modi angeht, noch ein paar neue Dinge reinbringt, die eventuell was anderes sind, wie jetzt dieses Fahrzeug schieben oder erobern. Sondern, dass man eventuell noch eine andere Möglichkeit hat, in Overwatch zu spielen. Eventuell so einen Koop-Modus bringen, wie Junkinstein oder so Lucio Ball oder sowas ähnliches ins Spiel bringen, um eben noch ein bisschen mehr unterschiedliche Modi zu haben, die sich rein nur ums Abschießen drehen. Das würde ich schon cool finden und ja, also das ist ja eh nur für die Leute interessant, die nicht Ranked spielen, denn wie ich schon gesagt habe, Ranked spielen die Leute eben und die Leute, die Ranked spielen, die haben ihre Motivation ja in dem Rang aufsteigen und jede Season dann eben so weit wie möglich kommen. Aber ich denke, da kann man auf jeden Fall noch einiges machen und ja, da würde ich mich mal freuen, wenn ihr mir schreibt, seid ihr zufrieden mit Overwatch? Findet ihr, es hat genug Umfang. Ich meine, klar, es hat jetzt viele Maps bekommen und Team Deathmatch, wie gesagt, in der Arcade-Modus ist ja auch nicht schlecht, aber im Endeffekt ist ja im Arcade-Modus ist ja trotzdem ziemlich gleich. Man hat 3 vs. 3 oder man hat frei für alle mal drin oder Team Deathmatch und so weiter. Das ist schon ganz cool, aber ich finde, da könnte man schon noch irgendwie was anderes machen, was halt dann die Spieler noch ein bisschen anders, auf andere Art und Weise unterhalten kann und dann eben so etwas Neues oder eine neue Art von Spielmodus reinbringen, die eben noch ein bisschen sich unterscheiden. Und da könnt ihr mal auch reinschreiben, was ihr so denkt, was man da noch machen könnte. Ich finde, wie gesagt, zum Beispiel bei Lootboxen ist es für mich so, ich habe schon jetzt die meisten Sachen, die mir gefallen, habe ich schon, außer halt die super seltenen Sachen für gewisse Charaktere, da fehlt mir noch was. Aber dann, wenn ich halt die Sachen habe, die mir gefallen, weil ich habe mir schon alle Skins angeschaut mal, was man so freischalten kann und da gibt es nicht mehr viel, wo ich mir freischalten möchte oder wo ich halt jetzt sage, boah, das brauche ich noch und da fehlt mir dann die Motivation, ja, wenn ich aufsteige, dann schalte ich ja eh nur Lootboxen frei und dann kann ich Sachen freischalten, die ich eh nicht brauche. Also da finde ich, da könnte man vielleicht auch noch was bringen, wo eventuell noch was anderes drin ist, außer Skins jetzt. Gut, da ist die Frage, was macht man da rein, ne? Also es ist immer schwierig bei sowas, was bringt man da, ohne dass man etwas bringt, wo die Spieler dann stärker oder schwächer macht. Und ja, ich komme dann damit auch zum Ende vom Video, ihr könnt mir ja, wie gesagt, schreiben, seid ihr zufrieden mit Overwatch, gefällt euch das Spiel, wie es ist oder wünscht ihr euch auch ein bisschen mehr Vielfalt im Spiel, ein bisschen mehr andere Sachen, die vielleicht noch ein bisschen, ja, einen anderen Spaßfaktor ins Spiel bringen und dann könnt ihr mir ja schreiben, was ihr so denkt. Und dann hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat, ich hoffe, ihr hattet Spaß damit und ja, ich wünsche euch auch weiterhin viel Spaß beim Halloween-Event und dass ihr gute Skins freischaltet und hoffe dann, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Es kommt noch ein cooles Highlight von mir, zwar jetzt nicht das beste Highlight, aber es war ganz cool mit D.Va und ich habe ja hier mit Sojo und D.Va gespielt und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und dann sage ich bis bald, euer Monster. Katja Slarz Slarz Untertitelung des ZDF für funk, 2017